hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme ja heute gibt es mal einen mappen update hier von der fifa world cup russia 2018 und zwar habe ich mir ja bei autobat karten bestellt und ziemlich viele seht ihr hier und die wollte ich jetzt hier mal rein machen und euch zeigen wie voll die mappe ist und was noch fehlt ja und jetzt kommt erst mal das intro ja jetzt können wir mal einen haufen karten hier noch ein sortieren sortiert sind sie schon nach nummern so dann schauen wir mal gleich ich kann euch sagen sie wird ziemlich voll jetzt so ich glaube ich muss weiter hoch ein augenblick kurz aus dem blickfeld hier so unprofessionell hier so ein kleines bisschen runter so ich habe das so gemacht und zwar über zwei seiten hier seht ihr es ja also argentinien hier habe ich schon voll da fehlt mir keiner hier haben wir australien habe ich auch komplett hier haben wir belgien und da fehlt mir die 35 und die habe ich hier das lukaku ich glaube die muss von der anderen seite rein machen jawohl somit ist belgien komplett da gehen wir mal weiter brasilien auch komplett hier haben wir kolumbien auch komplett hier haben wir costa rica da fehlt mir noch die 70 und die 72 hier haben wir die 70 und dann habe ich auch wieder von der anderen seite so und dann habe ich natürlich auch noch die 71 so wäre somit komplett hier kommen immer die katten oben raus hier haben wir kroatien habe ich komplett hier haben wir dänemark auch komplett dann haben wir hier ägypten da fehlt mir auch keiner mehr hier haben wir england natürlich komplett hier haben wir dann spanien und da fehlt mir die 125 hier und das ist isco und somit wäre dann auch spanien komplett gehen wir mal weiter hier frankreich ist schon voll so deutschland fehlt mir nur noch eine und das ist hier müller somit wäre deutschland auch komplett so hier haben wir iran auch vollständig island habe ich vollständig hier haben wir japan habe ich vollständig hier haben wir korea da fehlt mir die 205 und hier habe ich natürlich auch hier und hier habe ich natürlich auch hier da muss sie doch höher halten so so somit wäre das auch komplett hier dann haben wir hier saudi arabien vollständig so hier haben wir marokko da fehlt mir noch eine die 224 und das ist er hier am rabat zack somit auch komplett hier haben wir mexiko da fehlt mir hier unten links das fehlt mir die karte fehlt mir die karte und das ist hier lozano das war die 222 somit wäre mexiko komplett hoch komplett hoch so hier haben wir nigeria habe ich natürlich vollständig so hier hätten wir panama da fehlt mir die 248 und hier haben wir natürlich hier auch so wäre dann auch voll hier haben wir peru auch komplett gehen wir weiter hier haben wir polen 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 habe ich auch voll hier haben wir portugal eine seite nur ok äh die habe ich komplett dann haben wir hier russland da fehlt mir dann noch eine hier das ist die 294 und die habe ich natürlich hier so clean jetzt kommen wir von der anderen seite rein ok so 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 moment er ist vollständig und dann gehen wir weiter hier haben wir senegal noch fehlt mir die in der mitte hier die 302 und hier habe ich natürlich hier hier habe ich natürlich hier wie je ich habe ihn richtig ausgesprochen so wunderbar das ist auch komplett hier da können die nicht mal da bleiben wo sie sind so hier hätten wir serbien habe ich auch komplett so hier haben wir die schweiz hier fehlt mir auch der in der mitte das ist die 320 und hier habe ich natürlich hier und hier habe ich natürlich hier die granitjaka kommt ja auch wieder von der anderen seite so wer ist damit komplett so dann kommen wir zu schweden da fehlt mir die 328 und hier habe ich natürlich hier der michael lustig so so sehr schön vollständig so hier haben wir dann tunesien habe ich auch vollständig hier haben wir dann uruguay da fehlt mir die 352 die habe ich natürlich hier mit uruguay werden vollständig so hier hätten wir die fans aber ich glaube da habe ich keine von autowatt bekommen nein ich glaube da fehlen mir auch nicht mehr so viele also hier ist komplett die erste seite hier fehlt mir noch einer hier auch also zwei stück das wäre die 387 und die 393 genau so hier habe ich alles voll hier die gold stopper die habe ich auch alle so rising star da fehlt mir noch die 416 die habe ich hier die le mans so ich muss erstmal schauen wie ich die jetzt rein bekomme am besten so in der mitte der so geht rein so die le mans dann fehlt mir hier noch die 428 die habe ich natürlich auch die iha nacho oder iha nacho ich weiß nicht was richtig ist so dann die hier rein dann wäre diese seite schon mal komplett dann kommen wir zu dieser seite hier da fehlt mir die 430 die habe ich natürlich hier die andere silva wer dann komplett so dann kommen wir hier zu den doppelt da habe ich fast alle dann fehlt mir noch die 438 die ist hier Giroud und Griezmann so wunderbar und dann fehlt mir noch die 441 die habe ich natürlich hier auch Cavani und Suarez das war hier unten ja das wäre auch komplett hier ist ja wunderbar so 442 das ist die Icon die habe ich auch bekommen bei Autoward so damit hätte ich alle Icons Viniesta Ronaldo und Suarez äh 44 45 ja so sieht man noch alles ja so hier Game Changer fehlt mir die 457 457 ah ja doch hier habe ich sie 457 sorry 457 die haben wir hier hier haben wir hier das war ganz unten so hier oben fehlen mir dann auch noch welche die 449 die hatte er glaube ich nicht gehabt aber dafür habe ich die 400 450 und zwar Christian Eriksen und dann fehlt mir hier unten noch die 460 und die habe ich natürlich auch hier na fokussieren fokussieren wenn nicht jetzt aber 460 und Zeit also hier fehlt mir noch die eine vielleicht bekomme ich sie ja noch ich habe hier noch was zum auspacken jo ich kann ja noch weiter gehen so hier kommen dann natürlich die Top Master ich glaube da fehlt mir noch zwei Stück wenn hier auch ein Top Master ist wenn hier auch ein Top Master ist 463 fehlt mir und die 466 so dann die invincible die hatte ich ja 3 mal gehabt so hier kommen dann die ganzen Limited Editions hier ist Brasilien mit Neymar Coutinho Marcelo so hier haben wir dann Spanien hier oben mit Dick Bär Morata Ramos hier haben wir noch David David Silva dann haben wir hier England mit Sterling und Harry Kane hier haben wir dann Argentinien Aguero Dybala und Hikoin gehen wir mal auf die nächste Seite hier haben wir Belgien mit Lukaku Dries Mertens De Bruyne hier haben wir Portugal mit Ronaldo und Bernardo und Bernardo Silber hier haben wir Australien mit Matthew Lecky hier haben wir Tim Cahill Paul Pogba Mohamed Salah hier haben wir Luis Suarez Schakiri Forsberg Lewandowski Rodriguez Rodriguez Müller Igolo Kante Manuel Neuer und hier haben wir dann noch die Premium Gold Limited Editions von Daniel Alves von Sergio Ramos und Toni Groß und das war es dann hier mit der Mappe so also viel für ihn nicht mehr ich zeig's euch grad mal wieviel noch fehlen ich hab's hier aufgeschrieben wenn wir's überhaupt lesen kann jetzt doch 487 ne 387 393 449 463 und 466 also insgesamt fehlen mir noch 5 Karten und noch ein paar Limis aber ich hab hier noch 2 Limis die müssen wir noch auspacken die kommen auch noch als Video so das mach ich hier wieder rein so ich bedanke mich nochmal bei Autoward dass er mir so viele Karten hier zugeschickt hat also ich hab sie natürlich bezahlt für ein kleines Geld könnt ihr mal bei ihm auf Instagram nachschauen der heißt da auch Autoward ja wenn ich kann ich euch das mal hier oben hinschreiben oder hier unten äh ja so ja das mit dem Licht hier im Gesicht das ist noch ziemlich dunkel seht ihr da kommt aber noch was ich hab aber auf jeden Fall hier mal jetzt was links und rechts also hier und da ja man sieht's ja auch schon es ist schon besser geworden das Bild ja ich hoffe euch hat das Video gefallen falls ihr mir auch noch Karten zuschicken wollt oder irgendwie was anderes ja dann könnt ihr es hier hin tun so für ein Mailday oder so so lass einen Daumen nach oben so hier ist er da ist der Daumen und falls du noch kein Abonnent bei mir bist und dir mein Kanal gefällt lass kostenlos ein Abo da ich würde mich sehr darüber freuen und bis zum nächsten Mal Ciao